Es ist wieder soweit, Anja ist rum, das nächste AKM-Video muss ran und zwar ist es momentan immer noch die zweitbeste Waffe ihres Kalibers, aber sie ist mittlerweile bei vielen Spielern die beliebteste Waffe dieses Kalibers, weil sie viele Updates bekommen hat, unter anderem dieser schöne Schalldämpfer hier. Und ja, das hat die Waffe doch zu einem neuen Glanz verschafft, mega cool. Wir zeigen wie immer die Budget-Variante, die Code-Do-Variante und die Meta-Variante. Let's go. Die AKM gibt es für 43.000 Rubel bei Prapor zu kaufen. Unterschied zum letzten Jahr, ganz, ganz wichtig, achtet jetzt auf die Haltbarkeit. Und zwar kriegt ihr sie bei Prapor natürlich für 100%. Die ganzen Angebote hier seht ihr schon 41%, 51%. Das führt zu Waffenfehlfunktionen, Fehlschüssen, gängere Genauigkeit und die Patronen können stecken bleiben und 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 und. Also achtet auf 100%. Und es gibt nach wie vor das Angebot, drei Tushankas für eine AKM. Super geiles Angebot, wer da nicht zuschlägt, weiß ich auch nicht. Für die Budget-Variante bauen wir die Waffe mal in der Reihenfolge um, in der ich die Priorität setze für die Anbauteile. Das Allerwichtigste ist hinten das Butt-Pad. Hier packen wir den AKGP25 Accessory Kit Recall Pad dran, der den Recall-Wert drastisch reduziert, super wenig kostet. Wenn ihr den freigeschaltet habt, dann packt den dran und das wird lange Zeit euer treuer Begleiter sein, weil der wirklich sehr, sehr viel ausmacht. Für mich das Wichtigste jetzt, und das ist bei jedem anders, ist ein Rotpunkt-Visier. Weil viele ja nun wirklich mit Kimme und Korn klarkommen. Ich komme null mit Kimme und Korn klar. Deswegen das Allerste, was ich machen würde, hier das Tactica Tooler TT01 dran packen. Und hier könnt ihr einen Rotpunkt eurer Wahl drauf packen. Meine Wahl würde auf das XPS 3.0 fallen. Allerdings, da wir hier Budget und günstig bleiben wollen, ist das PK06 eine Wahl. Oder das MAS, was man bereits sehr, sehr früh im Spiel bekommt. Die nächste Veränderung, die wir machen sollten, ist das Muscle Break. Und zwar haben wir zur Auswahl das Dynacomp, aka Spikes Tactical Dynacomp. Das kriegen wir relativ günstig für knapp 4000 Rubel. Und es reduziert den Recoil-Wert weiter, sodass wir jetzt schon mal eine gute brauchfähige Waffe haben. Wer jetzt noch das nötige Kleingeld hat und noch ein bisschen drauf packen will, dem empfehle ich als nächstes, das Handguard zu tauschen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, das AK100 dran zu machen. Das bekommt man ebenfalls sehr, sehr früh ab Level 1. Und hier haben wir die Möglichkeit für den ersten Griff. Und zwar den besten Griff, den man hat, drauf machen. Bis hin zum Preis-Leistungs-Sieger. Und das ist wie immer das RVG-BLK, also Black, der schwarze RVG-Griff von Magpul. Der ist sozusagen das höchste der Gefühle. Weiter will ich nicht gehen in einer Budget-Variante, auf gar keinen Fall. Also nehmt den Griff, den ihr habt und maximal das RVG-Modell. Machen wir jetzt das Upgrade auf die Go-To-Variante. Und zwar die Go-To-Variante ist der Preis-Leistungs-Sieger in dieser Klasse. Und gleichzeitig eine Quest-Waffe. Wir brauchen nämlich relativ früh die AKM schallgedämpft für die ersten Quest-Reihen. Und dafür benutzen wir diese Waffe jetzt. Zwar erst mal hier hinten das Butt-Pad, also das GP25 bleibt dran. Es ist tatsächlich weiterhin Best-In-Class sozusagen und der Preis-Leistungs-Sieger. Deswegen, GP25 bleibt so wie es ist. Oben allerdings nehmen wir das Taktika-Tooler ab und machen den neuen Deckel drauf. Also alter Deckel ab. Und auf diese Konstruktion hier kommt das Bastion. Bastion ist die einzige Option. Beste Werte. Und ja, wir haben eigentlich gar keine weitere Option. Ich setze hier mal das EKP-8 drauf. Mit dem Cobra Visier haben wir hier eine schöne Variante, wo wir nochmal einen kleinen Ergo-Boost kriegen. Und das EKP-Krieg gibt es sehr, sehr früh im Spiel und hat einen wirklich schönen Rotpunkt. Das nächste ist der Pistolengriff. Den müssen wir unbedingt upgraden, weil wir durch den Schalldämpfer viel Ergonomie verlieren. Also müssen wir die Ergonomie pushen. Und jeder kennt es, das RK-03. Das kommt jetzt aber nicht drauf, weil das RK-03 zu dem Zeitpunkt noch zu teuer ist. Wir verzichten auf einen Ergo-Punkt und nehmen dafür den Zorgriff, also nur einen Ergo-Punkt weniger, dafür wesentlich günstiger und wesentlich früher zu bekommen, der Zorgriff. Für das Muscle Break gibt es jetzt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben diese Waffe jetzt speziell in der Schallgedämpften Variante. Meiner Meinung nach macht sie in dieser Go-To-Variante auch nur Schallgedämpft Sinn, weil man sie zum Questen braucht. Und ja, es gibt so viele alternative Waffen. Also in dieser Variante würde ich wirklich Schallgedämpft spielen. Und in dem Fall gibt es auch einen ganz klaren Sieger für den Schalldämpfer. Und das ist das Rotor-43. Einer der billigsten Schalldämpfer überhaupt. Das Ding kostet sage und schreibe knapp über 20.000 Rubel. Und lässt die Waffe verstummen. Sehr, sehr geiler Schalldämpfer. Und passt perfekt auf diese Variante. Bei dem Handguard haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal das BCM-19. Ist ein schönes Handguard, verbessert unsere Ergo-Werte nochmal ein bisschen. Und wir können auch ganz leicht einen Laser dran machen. Allerdings bevorzuge ich hier das RS-47, das CAA-RS-47. Das ist nochmal ein bisschen günstiger. Und hat dieselben Eigenschaften. Wir können Laser dran packen und einen Griff. Und was den Griff angeht, es bleibt natürlich der RVG. Unser Preis-Leistungs-Sieger kommt als Griff vorne dran. Also gar keine Frage, gibt es keine Alternative. Was den Laser angeht, wir packen ihn auf die rechte Seite. Wegen dem Right-Peakers-Advantage. Da empfehle ich den blauen Laser, den NC-Star. Das ist der günstigste. Wenn man keine Taschenlampe haben will. Ansonsten nimmt man irgendeine Taschenlampen-Kombination. Aber für die günstigste Variante kommt dieser blaue TBL hier drauf. Kommen wir jetzt zum Hauptgang. Und zwar der Meta-Variante. Und bei der Meta-Variante kommt eigentlich fast alles ab. Außer der Deckel. Den lassen wir dran. Der Bastion bleibt, wo er ist. Aber beim Schaft geht es schon los. Wir nehmen den Butt-Petter ab. Und natürlich kommt auch dieser komische Holzgriff runter. Der bis jetzt aber wirklich hervorragende Dienste geleistet hat. Und stattdessen kommt der Zhukov dran. Ganz einfach kein Adapter. Kein Buffer-Tube gar nichts. Einfach der Zhukov. Ist momentan best in Slot. Bei dem Griff hätten wir früher auf den RK3. Beziehungsweise das Pendant dem Scorpius und dem US-Palm-Grip aufgerüstet. Wir haben aber mittlerweile noch eine bessere Variante. Und zwar das AGS 74. Hier kriegen wir nochmal zwei Ergopunkte mehr als beim RK3. Bei dem Magazin wird es jetzt endgültig Zeit, sich zu verabschieden von dem billigen AKMS. Und wir rüsten auf auf das AK30. Es ist teurer, aber auch ein bisschen besser. Es ist leichter. Patronen lassen sich leichter nachdrücken und so weiter. Also hier das AKUS-Palm-AK30. 30-Round-Magazine. Beim Handguard ist es so, dass wir jetzt nicht mehr auf die kleinen Handguards schauen. Sondern auf die Kombos hier vorne. Und zwar gibt es hier primär die VS-Kombo und das Troy. Früher war tatsächlich sogar noch also zwischenzeitlich eine VS-Kombo die bessere Wahl. Wobei hier immer die dunkle genommen wurde, weil die helle VS-Kombo sehr sehr teuer und sehr sehr selten ist. Mittlerweile ist es aber ganz klar, dass AK-Troy Full-Lengths-Rail-Handguard, das wir hier auswählen. Hier kriegen wir nochmal einen Recall-Punkt weniger als bei der VS-Kombo. Und hier dran wird gepackt das Troy-Quartz 4.2-Inch-Trail zusammen mit dem RK2-Griff. Das ist momentan die Kombo für das Handguard vorne. Wenn wir jetzt zum Muscle-Break kommen, ist hier momentan die Kombo der Way2Go. Also es ist ja immer so, wenn wir irgendwas kombinieren können, dann reduzieren wir Recoil noch weiter. Und hier ist es genauso. Wir packen also diesen AKM Kiba Arms Adapter dran. Und an diesen Adapter kommt das QDC. Das QDC reduziert bereits den Recoil gewaltig. Das ist ein Muscle-Break. Das Schöne an diesem QDC ist, dass wir den Schalldampfer draufpacken können. Und zwar das KAC PRS QDC. Und damit haben wir hier vorne sozusagen ein Dreier-Kombo. Und das drückt den Recoil unglaublich. Und das macht erst die Waffe zu dem, was sie ist. Natürlich darf ein Laser nicht fehlen. Das heißt, wir packen auf die rechte Seite wegen dem Right Peak Advantage einen Laser dran. Und zwar wird das auch hier best in class. Und zwar das D-Ball. Einige sagen D-Ball. Ich sage Steiner. Wir packen den Steiner dran. Und zwar haben wir hier einen Infrarot-Laser, eine Taschenlampe, verschiedene Laser-Kombinationen. Also das Beste, was es momentan gibt. Vor allem, weil wir hier einen tollen Ergo-Wert haben bei diesem Laser. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Vielleicht das wichtigste Teil bei dieser Waffe. Und zwar ist das der Seiten-Nupsi. Früher haben wir das RP1 angepackt. Mittlerweile haben wir dieses AKC SS-0 Charging Handle. Und da kriegen wir nochmal einen weiteren Ergo-Punkt drauf. Also mit dem RP1-1-Punkt. Mit dem CSS-AKC 2-Punkte. Also das ist wirklich, darf man nicht vergessen. Kostet sehr, sehr wenig. Und pusht die Waffe nochmal gewaltig. Mein Rottpunkt an der Stelle wäre wieder das XPS 3.0. Und damit hätten wir dann sozusagen die Waffe fertig. Jetzt sind wir aber tatsächlich noch nicht fertig, weil die Waffe sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Und zwar haben wir in 12.12 das erste Mal so richtig die Scope-Meter erreicht. Jeder spielt Scope. Das hat seine Gründe. Darauf wollen wir jetzt aber nicht eingehen. Sondern wenn wir das Scope drauf packen, wollen wir den Ergo-Wert weiter verbessern. Und deswegen machen wir jetzt noch folgende Änderungen. Und zwar packen wir jetzt anstatt dem RK2, was die beste Recoil-Reduzierung hat, das SE-5 dran. Weniger Recoil-Reduzierung, dafür nochmal ein Push auf den Ergo-Wert. Und anstatt dem XPS 3.0 packen wir ein Ring-Mount drauf. Und zwar ein 30mm Ring-Mount. Wir haben hier verschiedene zur Auswahl. Einige spielen gerne das JP, wo man vorne noch einen Rotpunkt drauf machen kann. Es gibt Leute, die spielen das Ganze sozusagen komplett ohne Rotpunkt. Also nur mit einem reinen 34er Ring-Mount. Oder einen 30er Ring-Mount. Ich persönlich spiele sehr, sehr gerne das Pepper. Und zwar hat das Pepper den Vorteil, dass es zwei Aufsatzmöglichkeiten hat für ein Rotpunkt-Visier. Und zwar einmal hier und einmal hier. Und das Schöne ist, wir können alles kombinieren an Rotpunkt-Visieren. Wir können zum Beispiel das Letterpoint drauf machen. Das ist etwas, was sehr, sehr gerne gespielt wird. Wenn wir da noch einen Rotpunkt, einen Scope reinmachen. Zum Beispiel das Voodoo. Dann hätten wir hier eine tolle Kombination mit Rotpunkt. Meter Scope. Und einen guten Ergo-Wert. Wir haben nämlich jetzt einen Ergo-Wert von 50. Trotz Scope und trotz Schalldämpfer. Und einen Recoil-Wert von 50. Also sozusagen die 50-50 Variante. Und das ist die Waffe, wie sie momentan am meisten gespielt wird. Damit ihr die Waffe auch mal im Einsatz seht. Hier eine kurze Runde auf Customs mit dem SE5-Griff. in Kombination mit dem XPS-3-0-Rotpunkt-Visier. Go, 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 go. Das Horn intensiviert den Kampf. 4 Kills, ja. GG's. Ah, wir haben nur noch 2 Schlachten. Komm, das schaffen wir doch noch. Wie geht's dir, Paul? Alles fresh? Ich hoffe, ich hoffe, alles fresh sind's. Sagt man das so? Alles fresh sind's? Dein, äh, ups. Oh, das sind mehrere. Ich bin jetzt da gut. Da ist Oma, wo war einer? Und links. Oh, Treppe. Spieler. Down. Einspieler down. Bad, 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 bad. Es wird spannend. Scheiße. Ah, nicht geklappt. Schade. Oh, nein. Der Plan war so gut, oder? Oh, hier ist noch einer. Oh, lol. Was ist denn hier los? Ringend von hier. Ich meine, ich glaube, ich glaube, ich habe was gehört. Meine Corona ist voll komplett am Arsch. Ja? Let's go. Gehen wir aus noch. Dann ist das nur der Scaf. Dann gehen wir hier rein. Wir kriegen Besuch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Was? Das ist der Scaf am Ende der. Nee, schau, tut so. Huyni. Das ist shit. Wehe, da hockt jetzt noch einer. Gibt's sowas von Ärger? Hier, in die Ecke, in die Ecke. Raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher. So, ich glaube, wir haben alle, oder? Wieso ist denn ein... Wir können noch einen Markschirm aufmachen, aber gar keinen Bock jetzt. Oh, shit, wo kommt der denn jetzt noch her? Okay, komm, go, 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 go. Go, 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 go! Oh, da, ich meinte ein VIP-Wagen. Oder ist es nur ein Bait? Aber mir egal, wir können weiter. Ciao, wei, Machi! Ciao, wei, Machi! Shit. Ich bin ein Bait.